Die Immorendi steht für Immobilienrendite. Das ist einfach eine Abkürzung für das Hauptkerngeschäft und für das Hauptziel meiner Arbeit. Es werden Familienunternehmen bedient, die Immobilie als Anlageform benutzen und begreifen und auch mittelständische Unternehmen und auch Privatpersonen, die einfach Immobilien besitzen oder erwerben wollen mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, also weniger für den Eigenbedarf. Ja, das sind wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzte Objekte. Größere Objekte ist relativ. Also ein Gebäude mit einigen Mietbereichen und ein, zwei Geschäfte und oben einige Wohnungen hat durchaus eine Größe, mit der ich mich schon gerne beschäftige.